Ich sage Huuu zu Slow High Mates, die Highlights auf dem Stream 2, 2, 1, los geht's! Huuu! Aloha! Huuu zu einem neuen Stream! Und ich habe meine Stimme bis heute ein bisschen kaputt, ich huste vielleicht ein bisschen mehr. Und so schreien wie sie kann ich heute im Streamfall nicht, nur wenn ihr Bescheid wisst. Ähm, ja, ich werde viel trinken und eventuell auch ab und zu mal husten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, okay? Und jetzt los mit DVD! Oh meine Stimme! Okay, wir sind auf dem unteren Komplex, also mir kommt es so ein bisschen vor, seitdem angekündigt wurde, dass es die Mappen nicht mehr gibt in Zukunft, kommt die viel häufiger. Aber wäre auch eine smarte Sache, ne? Wenn das so wäre. Hi, hi, hi! Sturz besoffen! Achievement bekommen, ja danke dir! Hahaha! Oh, passen wir! Das ist aber ein Kürbis, das ist cool! Das ist cool! Ich glaube irgendwie, dass die Kürbisse an Spots spawnen, wo sonst eigentlich Totem spawnen. So kaufst du ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist es so. Vielleicht ist es. Wolltest du was zu heilen drin? Nö. Eine Spooky Spooky Splashy! Auch nett. Auch nett, ja. Ja, ja, es hat geklappt! Oh mein Gott! Jo, es ist so doof, wieso geht es mir nach? Du kannst mich gerne haben, wenn du willst. Knapp sogar. Und jetzt kriegen wir ein Gender oben nämlich fertig, ne? Ist noch eine Frage der Zeit. Und dann haben wir's. Weiß nicht, was er gerade für die Kniebeugen macht, aber... Ähm. 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 Martin, standfertig? Danke! Oh, dieses Adrenalin! Junge, dieses Adrenalin! Das war ja fantastisch! Hahaha! So geil! Aber ganz ehrlich! Was macht denn der Rest? Oh Gott! Du bist ja lost! Hahaha! Schon lost! Humanität! Achievement! Ich weiß auch immer das ist. Humanitär! Ahja! Ganz ehrlich! Mein einziges Ziel! Ein Surfball mit dem Special Haken aufzuhängen. Mehr möchte ich nicht. Mehr möchte ich wirklich nicht. So, die Frage ist, wo der Special Haken ist. Hinter mir? Wow! Dafür habe ich auf jeden Fall meinen Eiseneinkriff mitgebracht. So große Entfernung zu laufen. Eieiei. Einfach... Undercover. Reiße ihre Seele in Stücke. Achievement bekommen. Ja, entspannt. Wie viele Achievement haben wir heute schon bekommen? Fünf Stücke oder so? Sehr nice. Okay, jetzt nehmen wir auf. Ich habe eigentlich noch frei gehabt, ne? Okay, nice. Tja, er haut den 4% heraus. Wieso immer 4% gegen mich? Wieso immer 4% gegen mich? Dann... Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Wow. Was? Der war doch im richtigen Bereich oder nicht? Alter, die Welle ging bis einen Meter zu mir hin. Ach du Schande. Hm, so nervös ist. Oh, schon wieder so knapp, ne? Schon wieder so knapp. Wir haben echt Glück heute. Äh. Äh. Okay. Okay, wir haben 2 gerettet, ne? Fünf gerettet? Okay. Autsch. Ich krieg mir was selber Schaden zu. Autschi. Der Doktor auf Midwich. Ich hab irgendwie so ein leichtes Déjà-vu hier. Oh boy. Keiner da. Hoffe ich doch. Wirklich selber Map und selber Killer. What the? Ja gut. Aber man muss sagen, wahrscheinlich ist es sogar der Ex-Ups dasselbe Killer, weil der das auch in die Offering gesetzt hat, ne? Weird. Déjà-vu. So schlimm ist meine Heilung jetzt auch nicht. So sind sie so schreiend. Niki Minash Profil ansehen. Niki Minash. Aus Polen. Biggest Fan of Niki Minash. Oh. 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 Ich schreie euch. Dafür ist die Map auch wirklich nicht die richtige. Oh. Ich hab mich selber getroffen. Ich wollte den Leon. Ich dachte das ist der Leon. Aber es war ich. Ich hab schon wie viel Schlitzer ans abzieht. Oh. Oh. One Hits. Ja. Logisch. Malakladi. Wie nice. Ist doch nicht nicht stark, oder? Nö. Yo. Aber ich will noch mal gegen Galakladi. Ich will noch mal gegen Galakladi. Ich will noch mal gegen Galakladi. Wie kann ich mit 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 zu ducken. Ja. Ich hab noch mal gegen Galakladi. Sehr schön. Doppelteam. Nee. Egal. Aber 712 Punkte sind fresh. Ist das eine Palette ja. Laufst du denn hin einfach? laufweg wird immer kurz sagen oder sonne dann sage ich flaschleid auf den winkel was ein geiles ding oh mein gott so ruhe laut hier dieses tot der mir stört er noch den armen david am haken das war das mit eisern griff hätte ich es noch machen können ehrlich gesagt aber mehr oder auch hübsch ich finde der spielt auch als aber der boss wäre alter wie liegst du immer unter der palette wie schaffst du das der liebt diesen tempel so der kind hat so viel tempel gespielt kann den keller man kann aber rein obwohl dazu ist das ist sehr geil hier ein bisschen hier oder warte mal bis auf geht das anhänger hier sind extra aus left for dead extra geschaut das ist die richtigen sind das für ein sound das hat ja gerade alles gemacht hilfe die dann streckstrich nach statisches feld oh gott was haben die da angestellten haben die da geschrieben ist so völlig falsch ach komm dieses neue datter ist so ein scheiß ganz ehrlich ich nehme mal zwei so ein geschenk was da drin so eine spritze mami ich habe ein geschenk bekommen oh ich schenke dir eine blutschlausspritze let's go evoli Junge ich hab evoli und jetzt kommt einfach jolly raus ja alles klar okay so würde ich mal sagen wow